In der Region Neckaralp wird am Mittwochmorgen bei rund 15 Grad die Sonne von Wolken verdeckt. Am Nachmittag zeigt sich das Wetter teils heiter, teils wolkig und es wird eine Maximaltemperatur von 24 Grad erreicht. In den Abendstunden kann es zu Regenschauern kommen, die bis in die Nacht anhalten. Trotzdem bleiben die Werte weiterhin im zweistelligen Bereich. Die kommenden Tage bleiben regnerisch. Am Donnerstag erwarten uns am Nachmittag Blitz, Donner und Niederschlag bei einer Höchsttemperatur von 20 Grad. Der Freitag bringt am Morgen leichte Schauer und zeigt sich bei gleichbleibenden Temperaturen im weiteren Tagesverlauf überwiegend bewölkt. Zum Start ins Wochenende wird das Wetter wieder etwas freundlicher. Bei 15 bis 24 Grad wechseln sich Sonne und Wolken ab und es bleibt trocken. Bis zum Start. Mit mir work seront seitdem. Bis zum Start insumuz episodes. Bis zum Start. óg Untertitelung des ZDF, 2020